willkommen zu einem neuen let's play wir spielen bastion oder bastion keine ahnung wie es ausgesprochen wird ich glaube das ist jetzt wieder gefährliches halbwissen dass das spiel von den entwicklern von harris ist jedes hat es keine ahnung jetzt kommt mir wieder das ganze relativ leise vor eben was noch übelstlich laut ich muss das unterdrehen er müsste ein freundspiel sein ich fand das von der grafik irgendwie von visuellen recht nice deswegen jetzt mehr gut viel weiß ich darüber tatsächlich nicht machen mit der story modus oder problemo modus ach so das ist der einfache ein neues spiel mit unbegrenzten chancen auf weitermachen nicht nach niederlagen starten für weniger waren spieler jeden alters keine erfolge das ist schon wieder kacke ich nehme erst mal den normalen modus proper store is supposed to start at the beginning ain't so simple with this one now here's a kid whose whole world got all twisted leaving him stranded on a rock in the sky müssen wir uns jetzt bewegen oder he gets up ah setzt off for the bastion where everyone agreed to go in case of trouble ok ich wollte erst mit controller spielen aber irgendwie war das sehr merkwürdig schon im menü deswegen habe ich mich jetzt für maus und tastatur entschieden so und das genau das hatte ich irgendwie gesehen so dass sich die die welt so nach und nach erst so aufbaut das finde ich sehr interessant ground forms up under his feet is it point in the way he don't stop to wonder why okay ich habe gedacht vielleicht gibt es da so eine art geheimgang oder so ein das ist life long friend just line in the road unsere waffe der zimmer oder so well it's a touch in reunion zum angriff linke monster stücken lernt das ok irgendwas haben wir jetzt auch gerade aufgesammelt er sieht was left of the rippling walls years of work und done in an instant in the calamity das ist ein Survivor no ma'am it's a gas fellow forced out from underground oh oh kid pops him good fella got a piece of him though ok oben links ist unsere lebensbergen darunter unsere erfahrungspunkte und rechts das weiß ich immer noch nicht was das sind diese fiolen 11 plus 5 steht jetzt da kid just rage is for a while aber sowas von guck mal guck mal ich finde es echt interessant dass wenn ihr so alles kaputt machen kann den stand machen wir mal aufblatt ein old repeater falls out of the sky ain't a gift from the gods but it'll have to do reißer repetiergewehr got a holder still to spin up the chamber aha ok ich glaube allzu lange geht das spiel auch gar nicht kirk ja es ist interessant zu wissen wofür die dinge rechts oben jetzt eigentlich gut sind so eine art credits oder sowas vielleicht gibt es hier auch so einen händler wo man was kaufen kann Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real and vital. Sometimes you just need a drink. Ah, okay, wir haben drei Gesundheitsflaschen. Wir müssen hier aus den Minden fliegen. Es ist ein Wunder, dass der alte Salon noch stehen. Sie hatte die schönste Sicht. Da wir da rein müssen oder sollen. Ich auch erstmal da oben hoch. Was ist das? Kristallspange. Du findest ein Memento von einer Mädchen neu. Ich habe immer die Fans hier benutzt. Stadtwappen. Ein Andenken. Eine Edifikationsmarke aus der alten Zeit, wann haben wir das angekriegt? All jene, die offiziell im Dienst der Stadt standen, trugen den Stern von... ...Kelondia? Keine Ahnung. Er soll Wärme, Fleiß und Opferbereitschaft symbolisieren. Kristallspange ein Andenken, ein rußbeschmiertes modisches Accessoire. Sie ist von enormem Wert, sentimentarem Wert, sorgt außerdem dafür, dass das Haar sich nicht selbstständig macht, am besten auch bewahren, nur für alle Fälle. Und ich dachte schon das Spiel ist eingefroren. Komplett. Da geht's noch nicht. Er setzt sich in einer von Selandia's famous watering holes. In der Stadt ist der Rondy, der Bar-Tender. Die Laufigkeit hat ihn für seinen Rinken eingefroren. Dann findet Kid seine freiwillige Scheibe. Stierkopf-Schild? Was ist das denn? Wimbags start turning up for last call. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. The windbags are playing for keeps. The kid sees the way to the bastion out of the window. It's a bit of a drop. Rondy always wanted his ashes scattered here. It's a bit of a drop. 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 There's a bow and it ain't broke. Okay, bringerbogen. The kid's spy is a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Das Gewehr fand ich irgendwie nicer. Was haben wir denn hier Feines? Etwas Seeniges. The kid pocketed a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Ein Aufwertungsmaterial für den Bringerbogen. Gedehnter Mesedarm. Beliebt bei Bogenherstellern und Knäuelballspielern. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Mesejahrt. Achso. Achso, wir sind da eh voll mit Gesundheit. Und haben noch nicht mal ein Level ab. Ich hab nicht mehr gesehen, dass er noch am zweiten Kanonen stand. Wirbelwind. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Oh, okay. He's a mighty fast learner. Right back at ya. He finds the Distillery. Right next to the Arsenal. Tough part of town. He's a mighty fast learner. Vielleicht können wir uns im Waffenlager besser ausrüsten. Ich würde sagen, wir gehen dort mal in der nächsten Folge hineinspitze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.